Mitten in der Stadt, oberhalb eines Cafés, hatten wir heute eine wunderbare Behebung. Es war sehr langsam und sehr interessant. Mitten in der Stadt, die das Gebäude von der Stadt, die wir heute in der Stadt, die wir heute in der Stadt, die wir heute in der Stadt, haben wir heute in der Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020